Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 4. März stimmen wir über die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühr ab. Neben der Abschaffung der Gebühr fordert die Initiative, dass der Bund auch aus anderen Mitteln keine Radio- und Fernsehstationen subventioniert und Konzessionen künftig versteigert. Bundesrat und Parlament sagen Nein zur Initiative, weil diese zu einem Wechsel in eine rein marktorientierte Radio- und Fernsehwelt für die Schweiz führen würde. Die Medien spielen in der Schweiz eine wichtige Rolle. Wir haben unterschiedliche Sprachen und Kulturen. Wir haben eine direkte Demokratie, die davon lebt, dass wir in der Gemeinde, im Kanton und beim Bund mitentscheiden können. Die Berichte der Zeitungen sowie von Radio und Fernsehen sind zur Meinungsbildung sehr wichtig. Es ist darum elementar, dass wir auf ein breites Medienangebot zählen können. Die Initiative gefährdet dies, denn sie nimmt in Kauf, dass nur noch produziert wird, was rentiert. Sie will alles dem Markt überlassen. Es ist in der kleinräumigen, mehrsprachigen Schweiz aber nicht möglich, hochstehende Radio- und Fernsehangebote für alle Landesteile nur mit Werbung und Sponsoring zu finanzieren. Daher gibt es die Gebühr und einen Ausgleich unter den Sprachregionen. Die Gebührenabschaffung brächte die SRG sowie viele Lokalradios und Regionalfernsehen in existenzielle Not. Bei einem Jahr zur Initiative käme es daher zu einem Kahlschlag. Viele Sendungen aus und über die Schweiz gäbe es nicht mehr oder man müsste dafür einen Privatsender wohl weit mehr bezahlen als ein Franken pro Tag. Heute sind die SRG-Sender, Lokalradios und Regionalfernsehen im ganzen Land präsent. Die SRG ist zudem verpflichtet, in allen Amtssprachen für ein vielfältiges Angebot und ausgewogene Informationen zu sorgen. Bei einem Jahr zur Initiative entfiele der Servicepublik Auftrag. Den Abbau zu spüren, bekämen auch das Schweizer Film- und Musikschaffen sowie der Sport. Zudem fehlten Gebührengelder, um Sendungen auch für Menschen mit Sinnesbehinderungen zugänglich zu machen. Mit dem Wechsel in eine rein kommerzielle Radio- und Fernsehwelt nehme die Abhängigkeit von privaten Geldgebern und ausländischen Konzernen zu. Ausserdem stiege die Gefahr der politischen Einflussnahme. Bei der Abstimmung über die Nobilag-Initiative geht es also nicht um etwas mehr oder weniger SRG, sondern um die Existenz des öffentlichen Rundfunks und einen Preis, der für alle gleich ist. Bei einem Jahr gibt es keinen Spielraum, den Weiterbestand dieser Sender dann doch noch irgendwie in ähnlicher Form zu garantieren. Bundesrat und Parlament empfehlen Ihnen darum, die Initiative abzulehnen. Sie ist zu radikal, sie schadet der Medienvielfalt und sie benachteiligt Minderheiten.